Wohin merke ich jetzt, dass der aufnimmt? Na, ob die Zeit da oben läuft oder nicht? Ah gut, ok. Super, ich weiß nicht, wo es ist. Das ist ja eh Pille-Palle jetzt, du brauchst keine aufnehmen. Ja. Das ist ein lebensfreies Fahren. Halt es doch in die Richtung, von da kommen sie doch alle. Ja, ich sehe aber nichts, siehst du was? Ja. Ah, da ja. Ja. Ok. 1,6. Hast du das Überholmanöver drauf? Natürlich nicht so. Ich lass es jetzt so. Halt das so in die Kurve, wo sie da alle fahren. Ich seh das nicht. Ja. Also lass ich jetzt einfach an der Kurve stehen aber. Ja. 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 Soll ich das jetzt mitbewegen? Soll ich das einfach hier in den Fahrer lassen, ne? Okay. Jetzt wirst du ja nicht mal bei K1 kommen. Doch, der war doch jetzt gerade. So, jetzt schön so halten. Halten, halten, halten. Ich komme weiter nach links. So, jetzt kommt sie da gleich. Machst du. Halt! Ich muss lachen, ja auch. Na, ich musste noch erzählen. Halten! Nach links! Und dann rechts drüber ziehen. Nach links. Und dann rechts drüber ziehen. Ja, so. Hast du noch? Ja, okay. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das geht so schnell. Da kannst du überhaupt mit. Halt! Nur noch da halten. Hier siehst du ja nachher sowieso nichts. Ich weiß aber nicht, warum da kein Ton drauf ist. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ich muss jetzt sagen. Ja. Ja, ja.